Aufzug Huuuah Bist Das fährt doch wie leuchtet eben noch Aber warum? diese frage stelle ich mir jetzt gerade ich will jetzt einfach mal ganz gut einfach nur mal um zu gucken extrem urscht war der witz geil aus geil das könnte das eine ausforderung holen hat da oben das Ding geleuchtet die sind immer auch nicht was gibt sie hier? das ist im Schiff ach cool das ist meine Kajüte sozusagen mein Ding hier kann ich direkt schon kaufen geil Breitzeitenkanonen kann hier nix kaufen Alter was ist das denn? keine Ahnung mal aussehen geil ledersegel zerfetzte segel ähm wenigsteuer blumsegel graue segel rautensegel vergoldete segel äh die sind eigentlich blau mit irgendeinem goldensymbol schlangen kajonsfigur was es alles für den scheiß gibt, wa? alter, alter, alter naja, ok gehen wir wieder raus und segel segel nein nicht da hoch bist du da? ach das ist hier bumm ha cool ok 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 dann mein steuerer ok captain steuert selbst mehr segelmänner so teilwahrung siehst du das ist direkt hier steuern genau auf die klippen zu männer großsegel bergen hallo es ist doch nicht mehr hier äh 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 das ist irgendwie grad komisch ich vorbeifahre ist es direkt da wo und captain im ruder siehst du? die zoomt dann irgendwie rar öffnet die hauptsegel lasst uns fahren aufnehmen setzt jeden Fall segel hochläute an die bram segel hm nütz fernrohr hab ich hier eben schon muss ich hier voraus eine militärbrick am horizont gutes auge man bist du bereit dafür can we denn sie wird sicher einen guten kampf liefern wer ist dafür die brick aufzubringen ruft ein na genau das wollte ich hören gib das signal bemannt die kanonen vorsicht mit der navy jungs die können ebenso ran wie breitseiten gehen ich setze die pulverfässer oder nein gute idee ja 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 warten auf dein zeichen captain feuer bereit zu feiern feuer feuer ja 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 verdammt an denen feuer ja feuer ja feuer der winkel schlägt noch nicht das stimmt ja sowas feuer feuer sie haben fest wow feuer ja ja feuer 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 alles klar für den Aufbrang wow so jetzt gibt es Freizeit auf volle Braut feuer 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 das hat sie uns fahren wollen sie haben eine gute Antwort feuer ja 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 wow ja 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 Jungs, rette sie den Arsch und lasst sie britischen Stahl schmecken. Boah, hallo. Hallo. Oh. Hör mal, wach. die sind ja krass drauf, alter, na okay, dann muss ich das wohl anders lösen, was ich auch machen werde. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsfälle. Egal, ich nehme das Ding jetzt auseinander. Ja, ein paar leichte Beute, aber sie bleiben groß. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Camway. Alle Segelbergen habt ihr nicht gehört? So, gerettet. Hm. Bin aber schneller. Na doch. Wie sehle ich denn in die richtige Richtung? Oder ist das irgendwie... Scheißegal. Oh, was haben wir denn hier? Ein Bullenhai. Okay. Segel, fahr raus. Eine Militärbrick am Horizont. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, Canway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruf ein. Ein. Na, genau das wollte ich hören. Gib das Signal. Bermann die Kanonen. Vorsicht mit der Navy, Jungs. Sie können eben so rammen wie Breitseiten gehen. Ich setze die Kröpfer an. Oder? Nein. Gut, Edi. Mörser, Mörser. Feuer! Nachladen. Der nächste trifft. Ab geht's. Feuer! Ja! Die versuchen zu ziehen. Halt sie mit Kettengeschossen auf. Feuer! Feuer! Mirage! Feuer! Sie feuern, Sir! Ja! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Gegner, feuern! Verlangen Sie uns! Damit Sie uns nicht rammen, Kampf! Feuer! Wir schlucken zusammen! Alles außer Betriebsherrn! Feuer! Yeah! Feuer! Nachladen! Der nächste trifft! Jemand! Feuer! Du musst ausweichen! Sie will uns rammen! Halt rauf, lass hier rammen! Feuer! Wir wurden poschiert! Feuer! Wie die Haken fliegen und entern, Sir! Oh, komm schon! Hier zwei Schiffe. Segel setzen, Bewegung! Alle Segel setzen, Jungs! Der Altmänner! Lass die Segel einholen! No! Captain ist am Ruder! Bereit machen für Aufschlag! Ich hab's versenkt! Öffnet die Hauptsegel! Scheiße! Alle Segel, Bewegung! Die kommen uns erschreckend nah! Wir brauchen Zeit und einen sicheren Ankerplatz für die Reparaturen! Ja, hier ist ja noch was. Alle außer Großbergens! Einholen! Vorsegel einholen! Alle Segel raffen! Jetzt gilt es, Jungs! Rettet sie in den Arsch! Und lasst sie britischen Stahl stecken! Und lasst sie zurück! Zuck! Ergämm sich! Zuck! Ergämm sich! Zuck! Ergämm sich! So! Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain! Das ist aber voll! Nur Segel setzen!